Hallo liebe Zuschauer, hier ist der neue Geschenketipp Nummer 13 von Paragrafen Silvia, der ganzheitlichen Trennungsmentorin, Scheidungsanwältin, Entscheidungscoach. Und zwar, fast wäre ich hier im Schlafanzug gewesen, aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Ich sage euch nur eine wunderbare Internetadresse, nämlich DAX MEAN und verlinke euch das hier, wo es zauberhafte Nachtwäsche gibt. Und da könnt ihr drin schwitzen und es macht nichts und es ist ökologisch und richtig, richtig toll. Viel Spaß damit!